Die beste Omega Box im Spiel. Wir sehen 14 verbleibende Gegenstände und der Inhalt ist einfach nur unglaublich. Die 4 blinkt und passt auf, wir haben einfach mal 4 Brawler in der Omega Box. Das ist komplett OP, das habe ich sonst noch gar nicht gesehen. Wir haben erst Gas, dann haben wir Bibi, passt auf. Es fallen noch 2 Brawler, es wird noch krasser. Wir haben nämlich noch Ash und als letztes haben wir, passt auf, es ist unfassbar, wir haben Spike. Legendärer Brawler, wow. Voll gerne für mehr zum Brawl Stars Update.